Ja, also wir können jetzt losstarten. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Nikolaus Nikolzius und ich freue mich, dass ich Sie durch das heutige Webinar führen darf. Titel von heute, welche wird die nächste Fangaktie und damit starten wir gleich los. Wie gesagt, wenn Sie währenddessen Fragen haben, geben Sie mir einfach im Chatfenster, haben Sie jederzeit die Möglichkeit auch Fragen dazu zu stellen. Sonst nehme ich mir dann noch am Ende des Webinars kurz Zeit, alle offenen Fragen zu klären. Ja, am Beginn ganz kurz der obligatorische Risikodisklima. Ich muss das hier an der Stelle auch nochmal kurz wiederholen. Wir machen hier bei Wikifolio keine Anlageberatung. Ich werde Ihnen heute im Laufe des Webinars einige Einzeltitel zeigen. Diese sind aber halt nicht als Empfehlung zu verstehen, sondern wir machen uns hier einfach exemplarisch Gedanken. Was könnten denn spannende Titel sein? Und letztendlich ist es Ihnen dann überlassen, was Sie da als Handelsentscheidung dann für sich selber dann dazukaufen oder wie Sie das dann auch dementsprechend handeln. So, nichtsdestotrotz, ich werde es natürlich versuchen spannend zu gestalten und wie gesagt, wir stellen uns heute die Frage, welche wird denn die nächste Fangaktie? Ja, und wenn Sie hier die Titel sehen, Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google, das sind natürlich alles Aktien, wo man in der Vergangenheit sehr hohe Renditen damit erzielen konnten. Und ja, ich habe mir halt für heute die Frage gestellt, bei welchem Titel könnte denn das vielleicht noch der Fall sein? Und wir schauen uns dann auch einige Einzelwerte an. Am Beginn vielleicht auch ganz kurz zur Wiederholung. Ich weiß, das ist jetzt für diejenigen, die Wikifolio schon kennen, ein bisschen der Pflichtteil. Ich mache das aber wirklich ganz schnell nur auf drei Folien, dass ich Ihnen kurz das Prinzip von Wikifolio erkläre und dann kommen wir schon zum Hauptteil. Also für diejenigen, die neu dabei sind, Wikifolio, wir sind eine Social Trading Plattform, wo Sie eben die Möglichkeit haben, unterschiedliche Handelsideen sich von Privattradern und professionellen Tradern, also auch Vermögensverwaltern anzusehen. Wir nennen diese Handelsideen eben Wikifolios. Und was uns unterscheidet von vielleicht anderen Investmentprodukten oder Anbietern, alle Portfoliopositionen, Trades und Kommentare sind in Echtzeit einsehbar. Und Sie können dem eben sehr leicht über ein Indexzertifikat folgen. Warum machen wir das überhaupt? Naja, Investoren erhalten eben die dementsprechend selben Renditen, die der Trader auch im Musterdepot erzielt. Und auf der anderen Seite, der Trader erhält eine Erlösbeteiligung. Ich habe Ihnen das hier auf dieser Folie nochmal kurz dargestellt. Also der private Trader, Medienunternehmen oder Vermögensverwalter, die können bei uns grundsätzlich Wikifolios erstellen. Diese bilden eben oder handeln eben in Form eines Wikifolio-Musterdepots. Und dieses Musterdepot kann, sofern der Trader das später dann auch investierbar machen will, später dann die Basis für ein Indexzertifikat sein. Die Indexzertifikate werden von der Lang und Schwarz emittiert und dann an der Börse Stuttgart gehandelt. Ja, und ich sage mal so salopp, alle gängigen Broker, die eine Anbindung an die Börse Stuttgart haben, können dann auch diese Indexzertifikate erwerben. Und damit machen dann Anleger eben dieselben Renditen, die auch der Wikifolio-Trader hier erzielt. Aktuell haben wir über 7.700 investierbare Wikifolios auf der Plattform. Und Sie haben dann hier unterschiedliche Filterkriterien zur Verfügung, wonach Sie eben auswählen können, wie Sie eben dann auch unser Anlageuniversum hier deutlich einschränken können. Und ja, da kann dann jeder eigentlich nach seinen Präferenzen suchen, wenn Sie beispielsweise Strategien mit, also Value-Strategien suchen können. Sie auch einfach einmal probieren, ins Suchfeld hier Value einzugeben oder Dividenden-Strategien. Oder Sie schränken eben dann auch nach so Performance-Kennzahlen ein oder Risiko-Kennzahlen. Das schränkt dann eben die Auswahl schon deutlich ein. So, das war der Pflichtteil und jetzt kommen wir sozusagen zur Kür. Ich habe Ihnen hier mal eine interessante Folie mitgebracht. Hier sieht man, wie all unsere Wikifolio-Trader im Kollektiv sozusagen veranlagen. Und das ist insofern schon spannend, weil man sieht hier, die Wikifolio-Community wird etwas vorsichtiger, aber bleibt grundsätzlich noch bullish. Das heißt, wir sehen, die Wikifolio-Trader sind insgesamt zu 70% in Aktien investiert. Es sind aktuell fast 23% Cash. Und das ist insofern interessant, weil am Beginn des Jahres war man so um die 15%. Und das hat sich also jetzt doch dieser Cash-Bestand sukzessive erhöht, um jetzt, wie gesagt, auf 23% zu kommen. Alles noch nicht dramatisch, aber man kann eben schon sagen, okay, man sieht so ein bisschen eine Vorsicht bei den Wikifolio-Tradern. Die haben also doch den Investitionsgrad hier etwas zurückgeschraubt. Die nächste Folie, insofern interessant, wir haben uns ja die Frage gestellt, was könnte denn die nächste Fangaktie werden? Und dazu wollten wir mal auch so eine Momentaufnahme machen. Welche Titel sind denn jetzt gerade bei unseren Tradern? Achso, eine Frage, Entschuldigung, da hupfe ich jetzt vielleicht kurz zurück. Es kam gerade eine Frage, wie kann man diese Seite aufrufen? Also grundsätzlich unsere Homepage finden Sie unter www.wikifolio.com. Diese Folie, die ich Ihnen jetzt hier davor gezeigt habe, das ist eine statistische Auswertung. Die haben wir jetzt intern gemacht. Also die gibt es jetzt so öffentlich nicht zum Downloaden oder direkt zum Ansehen. Das ist halt eine Auswertung, die ich jetzt hier für dieses Webinar gemacht habe. Aber sonst, die ganzen Wikifolios finden Sie dann natürlich normal über unsere Homepage wikifolio.com. Und dort dann auch über die Suchseite die einzelnen Wikifolios. Die nächste Statistik, das ist insofern interessant. Wir haben nämlich schauen wollen, welche Aktie ist denn eigentlich bei unseren Tradern gerade am beliebtesten? Und wir haben uns das auch nach unterschiedlichen Regionen angesehen. Na ja, und da sieht man ganz klar, dass der DAX-Aufsteiger Wirecard hier in sehr vielen Wikifolios vertreten ist. Also insgesamt fast 2,6 Prozent des gesamten Aktien investierten Kapitals fällt hier auf die Wirecard. Sie sehen es dann auch, eine Amazon-Aktie ist mit 1,5 Prozent auch noch immer recht beliebt. Und dann folgt eben Einhell, Hypoboard, Dr. Höhnle und NVIDIA und dann noch der österreichische Titel AT&S. Ja, und allein, wenn Sie sich diese Titel hier einmal so anschauen, da sehen Sie dann schon, naja, so schlecht sind unsere Wikifolio-Trader damit nicht gelegen. Ich habe Ihnen jetzt nur exemplarisch einmal den Chart von der Wirecard mitgebracht. Wenn wir mal hier kurz nur einen Blick drauf werfen. Sie sehen, das ist natürlich der Traum von einem jeden Aktien-Chart. Wir haben hier in den letzten zwei Jahren, ging es hier von Kursen, ja, von fast 40 Euro, ging es hier im Hochrauf auf knapp unter 200. Hat zuletzt wieder ein bisschen runter korrigiert. Wir sind jetzt hier, ja, um die 160 herum. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, jetzt aktuell, so eine Wirecard ist jetzt auch nicht mehr ganz billig. Also jetzt neu dazu einsteigen, natürlich ist dann, wie gesagt, jedem Anleger dann selber überlassen. Aber Sie sehen natürlich, die Trader, die jetzt hier schon eine Zeit lang dabei waren, sind hier mit der Wirecard sicher nicht schlecht gefahren. Ja, also durchaus ein spannender Titel. Ja, und sonst, Sie sehen es, es teilt sich auf. Auf Amazon, NVIDIA, Apple, also doch einige Technologiewerte dabei, Grafikchip-Hersteller und dann halt einige Spezialwerte. Ja, Hypoboard natürlich auch interessant. Die Immobilienfinanzierer, wenn Sie die letzten Jahre anschauen, die Immobilienpreise konstant gestiegen. Und damit natürlich auch die Finanzierung war hier ein großes Thema und auch die Entwicklung der Hypoboard. Jetzt habe ich Ihnen etwas anderes noch mitgebracht. Ich habe mir gedacht, ich wollte Ihnen nicht nur zeigen, ja, was sagen wir sozusagen bei Wikifolio, sondern vielleicht auch einmal ein bisschen ein globaleres Bild. Hier hat die BBC eigentlich eine sehr schöne Studie gemacht, beziehungsweise eine Überlegung, was könnten denn die globalen oder wirklich die großen übergeordneten Trends sein, die uns in den nächsten Jahren beschäftigen werden. Und Sie haben das hier auf fünf Global Trends oder fünf Megatrends heruntergebrochen. Und es ist natürlich, so ein Thema ist schon einmal spannend, dass man sich einmal grundlegend Überlegungen macht, wie könnte denn das alles unser Leben beeinflussen. Und auf der anderen Seite kann man es dann natürlich auch weiterhin unterbrechen und sagen, welche Aktien könnten denn dann in der jeweiligen Branche hier die Marktführer sein. Ja, vielleicht ein paar Sätze dazu gesagt. Das erste ist einmal die Rapid Urbanization, also immer mehr Menschen leben in den Städten. Aktuell um die 50 Prozent der Weltbevölkerung leben aktuell ja in Städten. Und dieser Studie zufolge dürfte bis zum Jahr 2050 das sogar noch massiv anwachsen auf um die 72 Prozent. Also 72 Prozent der Bevölkerung wird dann in Städten wohnen, laut dieser Studie. Nächster Bereich Climate Change and Resource Scarcity. Ja, natürlich Klimaveränderungen. Es gibt immer wieder Regionen, wo manche Güter und Rohstoffe immer knapper werden. Auch dort kann man sich natürlich anschauen, welche Player hier dann dementsprechend spannend sind. Global Shift in Economic Power. Also Sie alle merken es auch, wie sich unser Energiebedarf verändert über die Jahre. Jetzt allein nur um ein Thema vielleicht herauszugreifen. Wir haben einige Male jetzt schon über Elektroautos oder Elektromobilität gesprochen. Allein wenn man nur über das drüber nachdenkt, wie das, also wenn sich dieser Trend wirklich durchsetzen wird, wie das unseren Energiebedarf auch in den Städten verändern wird, damit eben dann die ganzen Elektrofahrzeuge auch dann wieder über Nacht geladen werden. Das sind schon große Herausforderungen, auch an ein Energienetz. Und das kann dann hier auch sozusagen die Infrastruktur und auch den Energiebedarf hier nachhaltig verändern. Ja, Demographic and Social Change. Dazu vielleicht eine Studie. Ich habe übrigens gelesen, rund 90 Prozent. 90 Prozent der jungen Bevölkerung, also der Menschen, die zwischen 10 und 24 Jahre alt sind, leben eigentlich in unterentwickelten Ländern. Also das ist natürlich schon auch eine bedenkliche Entwicklung, wenn man da denkt, die werden alle irgendwann älter. Vielleicht setzt da noch eine globale Wanderung dazu ein. Also auch da rechne ich eigentlich mit größeren Veränderungen in den nächsten Jahren. Ja, und dann der letzte große Megatrend. Das ist natürlich das, wo es einige spannende Aktien gibt in dem Bereich. Es gibt massive technologische Veränderungen über die Jahre. Sie wissen, es ist das erste Smartphone aufgekommen. Man ist, ganze, ganze große Player haben sich komplett verändert. Nokia, damals den Smartphone-Boom eigentlich verschlafen. Ja, heutzutage machen die sogar wieder richtig brauchbare Smartphones. Aber das war doch damals eine sehr schwere Managemententscheidung zu sagen, wir hüpfen hier nicht auf diesen Smartphone-Trend auf. Sie wissen, wird jetzt von Apple, Amazon dominiert. Ja, aber es sind andere große Bereiche. Sie lesen jetzt schon, Amazon will Drohnen verwenden, um vielleicht die Lieferungen rauszuschicken. 3D-Drucker-Bereich, da tut sich auch einiges. Mittlerweile werden schon menschliche Organe von 3D-Druckern hergestellt. Das ist auch in der Medizin hier einige spannende Entwicklungen. 3D-Drucker aber auch, wenn Sie denken, es gibt bereits schon 3D-Drucker in der Größenordnung, die ganze Häuser ausdrucken können. Ist jetzt vielleicht bei uns in den Regionen noch nicht so verbreitet, weil da andere DIN-Standard-Normen gelten. Aber in manchen Entwicklungsländern werden jetzt hier schon Nothäuser hingestellt. Aber auch das ist, glaube ich, nur ein Trend, der hier durchaus am Anfang steht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in einiger Zeit, wenn das einfach ausgereifter ist, auch durchaus brauchbare und gute Häuser hier ausgedruckt werden. Ist natürlich eine extrem spannende Entwicklung. Ja, das also hier nur, um einige große Trends jetzt einmal hier zu nennen. Und wie gesagt, wenn Sie dann überlegen, welche Aktien könnten denn dann die nächsten Jahre spannend werden? Ich habe immer so ganz gerne einen Top-Down-Ansatz, dass man einmal überlegen könnte, welche Branche ist denn für die nächsten fünf Jahre vielleicht ein sehr großes Wachstum? Wer könnte hier ganz gute Chancen bieten? Und vielleicht hilft Ihnen die Folie hier auch, auf die ein oder andere Idee zu kommen. Ich zeige Ihnen noch was, was nicht von uns, also nicht von den Wikifolio-Tradern ist, sondern ich habe mir einmal angeschaut, was hat denn Goldman Sachs gesagt? Und Goldman Sachs hat folgende Titel genannt, die 2019 spannend sein könnten. Ich lese das mal ganz schnell hier einfach vor. Ich könnte jetzt Ihnen natürlich zu jedem Einzeltitel hier noch viel dazu sagen. Das wird dann leider den Rahmen des Webinars sprengen. Aber schauen Sie mal so ein bisschen, einmal nur die Branchen, die Sie hier finden. Also Sie finden hier natürlich Technologie vertreten. Wir haben auch wieder Öl und Gas drinnen. Das ist vielleicht auch nicht so uninteressant, dass man sagt, aha, die Rohstoffe und Ressourcen kommt auch wieder dazu. Wir haben natürlich mit Amazon natürlich einen großen bekannt, Amazon und Netflix große bekannte Werte auch dabei. Und dann aber auch Pharma-Werte. Ja, also vielleicht auch generell die Pharma an sich, eine Branche, wo Sie durchaus überlegen könnten, wo es dort ganz gute Chancen gibt. Ich lasse jetzt einmal diese Folie so ganz kurz hier auf Sie wirken. Und wir haben dann auch eine Umfrage gemacht bei unseren Wikifolio-Tradern, wo wir uns Gedanken gemacht haben oder wir haben die Trader gefragt, was glauben Sie denn, was 2019 spannend ist? Und Sie werden dann sehen, da werden durchaus die ein oder andere ähnliche Titel beziehungsweise ähnliche Branche auch genannt. Und das ist vielleicht schon einmal ein interessanter Hinweis, wo könnte in Zukunft die Investmentwelt so hinschauen und wo ist vielleicht das ein oder andere Potenzial versteckt. Ja, kommen wir also zu der Umfrage. Ich habe das hier versucht, kurz für Sie zusammenzufassen. Wir haben gefragt, wo sehen denn die Wikifolio-Trader 2019 große Chancen? Ich muss dazu sagen, das ist jetzt keine vielleicht so statistische Umfrage, dass wir sagen, wir haben jetzt alle Wikifolio-Trader befragt, sondern das ist ein bisschen exemplarisch herausgegriffen, einige Top-Trader. Also der Statistiker würde jetzt vielleicht sagen, naja, das ist jetzt statistisch nicht so eine repräsentative Umfrage, aber wir haben halt hier einfach gesagt, wir wollten hier einige Experten zu Wort kommen lassen und vielleicht ist also hier für Sie auch die ein oder andere spannende Idee dabei. Schauen wir mal mit der ersten Kategorie an. Da tut sich doch einiges bei neuen Player bei Online-Werbung und Fintechs. Den ersten Titel, den hat uns der Stefan Waldhauser genannt. Er hat gesagt, der Trade-Desk, das könnte ein Google-Herausforderer werden. Ich habe Ihnen den gleich auf einer eigenen Folie nochmal vorbereitet. Da sage ich dann gleich nochmal ein bisschen mehr dazu. Und GreenTod, einer der großen Anbieter von Prepaid-Debit-Karten. Das sieht er auch durchaus als ein Unternehmen, das 2019 wieder ganz gute Chancen haben könnte. Dann als nächstes Tesla Motors. Interessanterweise wurde von Michael Flender genannt. Vielleicht zu Tesla kann man dazu sagen, die waren ja vor einiger Zeit in den Schlagzeilen. Musk hat da doch mit seinen Tweets hier einiges an Wirbel ausgelöst. Dürft sich da auch mit der Börsenaufsicht ein bisschen angelegt haben. Aber das dürft sich so weit eigentlich einmal in letzter Zeit gelegt haben. Und ich habe Ihnen hier auch den Chart von der Tesla einmal ganz kurz mitgebracht. Und Sie sehen schon, das ist einfach, ich habe es jetzt mal so salopp genannt, Volatilität auf hohem Niveau. Wir waren hier vor wenigen Tagen, waren wir noch bei Gegenden 250 unten. Aber dann kam halt auch die News zuletzt raus. Tesla zum ersten Mal jetzt profitabel. Die schrauben auch wirklich die Produktionszahlen für dieses Modell 3 laufend in die Höhe. Also da hat sich jetzt schon einiges in den letzten Tagen getan. Und das schaut jetzt in dem Chart vielleicht gar nicht so spektakulär aus, weil ich Ihnen den Chart wirklich von Beginn an auch oder relativ weit von Beginn an zeigen wollte. Ich meine, wir sind hier noch im Jahr 2013 waren wir hier bei Kursen um die 40, 50 Dollar. Und jetzt aktuell haben wir uns eben wie gesagt bewegt von gegen 250 auf fast 350 wieder rauf. Jetzt aktuell gerade so um die 327. Also allein diese letzte Marktbewegung ist halt hier schon, wenn Sie das in Prozent ausrechnen, ist halt hier schon eine ordentliche Kursbewegung. Also Tesla auch ein spannender Titel. Wie gesagt, ist halt ein doch hochvolatiler Wert. Ich sehe es halt immer so, wenn der wieder ein bisschen nach unten kracht, ist halt hier durchaus eine Möglichkeit, um vielleicht wieder bei so einem Wert einzusteigen. Und auf der anderen Seite, vielleicht eins sollte ich noch dazu sagen, einige Trader haben auch genannt, nicht nur jetzt Tesla, sondern auch gesagt, weil doch immer mehr klassische Automobilhersteller wieder zurückkommen, also wieder sich erholen. Und vielleicht auch aus Dividendenstrategie wäre es vielleicht auch spannend, hier sich den ein oder anderen deutschen Autohersteller wieder anzuschauen. Dann wurde immer wieder auch Mercedes, BMW genannt, Audi. Die positionieren sich hier eigentlich gerade gar nicht so schlecht. Und wenn man dann rein auf die Bewertungskennzahlen schaut, da ist halt doch eine Mercedes oder BMW doch um einiges günstiger noch als so eine Tesla. Also in Tesla ist halt immer auch sehr viel Fantasie drinnen, beziehungsweise wo wird sich dieser Autohersteller hin entwickeln. Also wie gesagt, bei Tesla schon der Hinweis, ist ein hochwohl der Dealertitel. Also bitte hier ein bisschen mit Vorsicht dann auch zu genießen. Aber wenn man es natürlich dementsprechend gut timet, auch hier einige Chancen dabei. Ja, solide Dividendentiteln. Einige Trader haben auch gesagt, naja, für diejenigen von Ihnen, die ein bisschen vorsichtiger sein wollen, da könnte man dann eben auch auf Dividendentiteln schauen. Hier wurde zum Beispiel eine ProSieben genannt, Freenet und BMW. Der BMW wurde ja auch dann vom Vermögensverwalter Wertstein genannt. Wobei man aber auch dazu gesagt hat, da kann man sich oder muss man sich vielleicht auch ein bisschen gedulden, bis hier wieder dieser faire Preis eingepriesen wird. Kann schon durchaus sein, dass hier Tesla, wie gesagt, noch immer da den Ton angibt und momentan gerade alle, die sich Automobilwerte anschauen, halt hier dort drauf hüpfen. Aber insgesamt sind halt so Werte wie Mercedes oder BMW doch um einiges günstiger bewertet und bieten eben hier auch durchaus eine interessante Dividendenrendite. Ja, und dann, Sie sehen es als nächstes, Biotechnologie und Pharma. Also beides durchaus Branchen, die immer wieder jetzt hier von den Top-Tradern beachtet werden. Holger Degener hat uns beispielsweise die BB Biotech genannt. Und hat er durchaus gesagt, ja, spannendes Unternehmen, könnte vielleicht einiges an Wachstum liefern und die sind auch ein bisschen breiter aufgestreut. Also da haben wir auch eine Risikostreuung. Gilead Seinens von Akatis hat diesen Titel noch genannt und die Evotech wurde hier durchaus auch als Favorit immer wieder genannt. Ja, und dann die letzte Kategorie, Immobilien und erneuerbare Energie als möglichen Ertragsbringer. Hier haben wir zum Beispiel die Around Turn eben im Immobilienbereich und auf der anderen Seite noch 7C Solarpark. Das hat uns der Stefan Uhl genannt. Ja, hier also jede Menge Einzeltiteln, wie Sie sehen. Wie gesagt, letztendlich dann jeden Anleger dann selber überlassen, was er dann wirklich spannend findet. Ich empfehle Ihnen halt immer, schauen Sie sich dann schon wirklich selber auch die fundamentalen Kennzahlen an. Schauen Sie sich den Chart dazu an. Aber ich denke, dass hier durchaus der ein oder andere spannende Einzeltitel dabei ist. Ja, den Tesla-Chart habe ich Ihnen schon gezeigt und wir haben eben unsere Trader dann noch gefragt, was glauben Sie denn noch 2019, was könnte spannend sein? Und sie haben gesagt, ja, es könnte durchaus zu einem Comeback der Schwellenländer kommen. Ja, hier muss man zwar sehr differenziert hinschauen, welche, aber wie gesagt, durchaus einige Chancen. Und interessanterweise, wie gesagt, der Automobilmarkt, der doch zuletzt geprügelt worden ist, könnte sich hier durchaus auch wieder erholen. Und ähnlich eben auch noch Trendthemen, die 2018 gelitten haben, also beispielsweise autonomes Fahren und Elektromobilität. Das hat ja zuletzt so ein bisschen gelitten, aber auch das könnte wieder einen Aufwert bekommen. Ja, ich habe es vorhin schon kurz angeteasert. Risikoaverse sind laut den Experten ganz gut beraten, vielleicht auf traditionelle Autobauer zu setzen. Aber Tesla wurde eben auch von dem einen oder anderen Top-Trader genannt. Also wie gesagt, Tesla ist halt immer so eine Frage, auch wohnt, zu welchen Kursen steigt man ein. Allein durch die Tweets, die Herr Trump, Entschuldigung, die Herr Musk verursacht hat. Und da hat sich also doch einiges beim Wert getan. Und ja, da ist dann natürlich ein recht guter Einstiegszeitpunkt sicher hilfreich bei so einem volatilen Titel. Ja, und die spannenden Branchen, wie gesagt, habe ich Ihnen schon gesagt. BB Biotech, Gilead Science und EvoTech wurden hier als Favorit genannt. Und für diejenigen, die eben Stabilität schätzen, da kann man sich dann natürlich auch Dividendentiteln ansehen. Okay. So, und jetzt habe ich es Ihnen versprochen. Ich wollte Ihnen noch zu der Trade-Desk ein bisschen was sagen. Da unten, Sie sehen den Stefan Waldhauser eingeblendet. Stefan Waldhauser betreut bei uns ja das Wikifolio High-Tech Stock-Picking. Stefan Waldhauser ist sicherlich einer der Trader, der sehr viel Expertise bei den ganzen Technologiewerten hat. Er hat auch 24 Jahre im IT-Bereich gearbeitet. Also für diejenigen, die sich sein Wikifolio genauer ansehen wollen, High-Tech Stock-Picking von Stefan Waldhauser. Aber er hat eben jetzt hier zu der Trade-Desk gesagt, Online-Werbung bedeutet in der westlichen Welt bisher vor allem Anzeigen auf Google und Facebook zu schalten. Nun etabliert sich mit der Trade-Desk gerade ein unabhängiges Selbstbedienungsplattform für Werbekunden, die darüber auf den unterschiedlichen Online-Medien Werbeplätzen kaufen können. Also er findet das durchaus aus einem spannenden Titel, wie man hier eben, also im Online-Werbung-Bereich, wo sich hier jetzt vielleicht ein neuer Player etablieren könnte. Ich habe Ihnen hier ein paar Statistiken noch dazu aufgeschrieben. Ein Hinweis möchte ich Ihnen auch gerne mitgeben. Wir sind gerade dabei, dass wir, also wir haben unsere Detailseite überarbeitet und wenn Sie dann also im Wikifolio drinnen sind und dann auf, also im Portfolio dann auf einen Einzeltitel draufklicken, dann kommen Sie jetzt zu so einer Seite. Hier sehen Sie es beispielsweise für der Trade-Desk exemplarisch, habe ich Ihnen das einmal mitgebracht. Und Sie sehen hier natürlich einmal klassisch einen Kurs-Entwicklungs-Chart und dann darunter sehen Sie einmal auch ausgewählte Top-Trades. Also beispielsweise sehen Sie jetzt hier, das ist eine Aktie, die der Stefan Waldhauser auch gehandelt hat. Er hat diesen Titel gekauft bei einem Kurs von 38,6 und hat dann Verkauf bei 135. Also ziemlich genau da den Höchstpunkt erwischt. Und das ist ja schon auch immer so eine Kunst. Die eine Sache ist halt immer gute Titel zu erwischen, aber die andere dann auch wieder vom Timing hier ganz gut zu legen. Und hier bei dem Beispiel sehen Sie, das ist ihm Stefan Waldhauser eigentlich sehr gut gelungen. Ja, was ist noch interessant? Auf der rechten Seite sehen Sie dann, wir nennen das so Trading-Sentiment. Da sehen Sie eben jetzt, wie die Wikifolio-Trader im Schnitt jetzt diese Aktie eher gehandelt haben. Also Sie sehen hier immer, wie viele Trades gab es dort insgesamt und wurde die Aktie jetzt eher gekauft oder verkauft. Also beispielsweise, wir sehen im letzten Monat oder in einem Monat Zeitraum jetzt zurück, hatten wir hier 176 Trades und davon waren 78% Kauforders. Also ein doch relativ bullisches Sentiment bei diesen Titeln. Also jetzt war ich vielleicht ein Tick zu schnell. Darunter sehen Sie dann noch exemplarisch ein paar Wikifolios, wo dann dieser Titel dann auch aktuell gerade enthalten ist. Die nächste Folie, da haben wir eine Auswertung gemacht. Die ist insofern dann interessant, wenn man versteht, was diese Punktwolke da eigentlich aussagt. Sie sehen es auf den Achsen, wir haben hier einerseits Monate seit Erstellung, also auf gut Deutsch, wie alt ist denn dieses Wikifolio einfach. Und auf der anderen Seite haben wir eine durchschnittliche Outperformance pro Monat gegenüber dem MSCI World. Ja, klingt jetzt so auf den Anhieb so 2%, 3%, 4%, klingt jetzt nicht so viel. Aber wenn Sie denken, das ist eine durchschnittliche Outperformance pro Monat, dann ist das schon eine ziemlich gewaltige Leistung. Ich fange mir jetzt einmal an mit einem Punkt hier, relativ weit rausgegriffen bei 60 Monaten. Da haben wir den Trader Smile und das darf ich Ihnen jetzt als nächstes vielleicht ganz kurz vorstellen. Das Wikifolio Growth Dividend Value Trend Invest vom Stefan Uhl betreut, hat seit Start beachtliche 285% und das Ganze bei einem bisherigen Maximal Drawdown von 22,8%. Schauen wir uns ganz kurz den Handelsziel an. Also er sagt ganz klar, für ihn ist nicht eine einzelne Analysemethode die gewinnbringende, sondern er versucht eben eine Kombination aus unterschiedlichen Handelsstilen, Wachstum, Dividend und Value Strategien. Und er kombiniert das Ganze noch mit der technischen Analyse. Ja und machen wir auch hier gleich einen Blick ins Portfolio hinein. Ja, der Trade Desk hat sich ganz gut entwickelt, die Novell Pharmaceuticals und Around Turn. Also auch hier sehen Sie ähnliche Titel, die wir vorhin schon besprochen haben. Die haben hier großteils zur positiven Performance beigetragen. Ja und die Kommentare, ich weiß für diejenigen, die jetzt schon mehrere Webinare von mir gehört haben, ich klinge hier wirklich ein bisschen wie ein Tonband, aber die Webinare geben Ihnen halt einfach gute Informationen darüber, wie vielleicht der Trader gerade zu einem Einzeltitel denkt oder ob er gerade ein bisschen vorsichtiger geworden ist. Hier in dem Fall, er hat jetzt einfach ein bisschen mehr Cash aufgebaut, hat er da am 15.16. gesagt. Also auch sowas kann Ihnen dann einfach Rückschlüsse geben, ob ein Trader jetzt gerade vorsichtiger ist oder nicht oder wie generell seine Markteinschätzung ist. Nächstes Wikifolio, Chancen übergreifen. André Tomaschke hat hier ja auch sehr beachtliche Performance mit 175% hingelegt. Das Ganze bei einem bisherigen Maximalverlust von minus 12,8%. Ja, ich sehe gerade wieder die Frage, wie kann ich denn diese Wikifolios finden? Also ganz normal über unsere Suchseite, das heißt, wenn Sie bei uns auf der Homepage sind, einfach in die Suche eingeben, chancenübergreifend, also den Titel des Wikifolios oder den Trader-Namen, in dem Fall Fuchs 2014 und so finden Sie leicht über Suche des Wikifolios. Ja, also beachtliche Performance-Entwicklung, die Handels-ID-Beschreibung, ja dieser Trader hat sich relativ kurz gefasst, aber er hat im Wesentlichen gesagt, er schaut auf Fundamentaldaten, auf Nachrichten und in Finanzforen, dort findet er die wichtigsten Ideen. Machen wir auch hier gleich einen Blick ins Portfolio hinein, Sie sehen es gleich, zweite Stelle, Cleanovell Pharmazeutical, also auch hier 82%, also wirklich hier gute Rendite mit dem Wert erzielen können. Anglo Gold, Ashanti, Harmony, ja das sind so im Wesentlichen die anderen Performance-Bringer dann in seinem Portfolio gewesen. Und auch hier natürlich in der Trade-Historie, Sie können dann eben in der Trade-Historie zurückgehen und schauen, wann hat er welchen Titel gekauft und verkauft, beispielsweise hat er hier mit der 2G Energy hier einen ganz guten Trade erzielt. Ja, damit darf ich schon zusammenfassen, wie können Sie also das Wissen der Trader nutzen, beziehungsweise vielleicht auch für Sie den ein oder anderen spannenden Einzeltitel herausfinden. Sie haben gesehen, Sie haben gesehen mit Stefan Waldhauser oder auch einigen anderen Tradern, es gibt natürlich einige Wikifolio-Trader, die haben sich auf spezielle Branchen spezialisiert. Denken Sie vielleicht noch einmal auch an unsere Megatrends zurück, wo könnte jetzt hier Wachstum überhaupt entstehen. Und natürlich hier die Kommentare der Trader geben Ihnen hier gute Informationen, sowohl zum Einzeltitel als auch dann vielleicht auch zum Gesamtmarkt. Ja und der nächste Punkt, Sie werden das, wenn Sie häufiger auf Wikifolio sind, werden Sie dann doch sehen, dass einigen unseren Top-Tradern es wirklich sehr gut gelungen ist, große Trends zu erkennen und die halt auch in einem relativ frühen Stadium zu erkennen. Das ist natürlich dann auch für die Performance-Entwicklung dann sehr wichtig. Ja und auf der anderen Seite helfen Ihnen so transparente Handelsentscheidungen, können Ihnen natürlich dann auch beim Timing helfen. Also Sie sehen ja auch, wo unsere Trader dann einsteigen und auch wo sie aussteigen. Und ich habe das hier noch so in Klammer dazu geschrieben, so das Risikomanagement. Also das ist glaube ich schon auch eine interessante Information, wenn Sie einfach sehen, dass die Wikifolio-Trader ein bisschen vorsichtiger wären, vielleicht die Cashquote ein bisschen erhöhen. Das könnte für Sie natürlich auch ein interessanter Hinweis sein, dass jetzt doch einige Trader denken, der Markt geht hinunter. Und da kann sich natürlich dann auch der ein oder andere hier vielleicht dadurch inspirieren und sagen, okay, vielleicht ist es jetzt ganz gut, einmal kurz zur Seite zu treten. Ja und das andere, wie gesagt, das Branchenwissen, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Einige Trader haben ganz spezielles Fachwissen sich erarbeitet und das gibt Ihnen natürlich dann auch die Möglichkeit, hier von diesem Fachwissen zu profitieren. Ja und aus Anleger-Sichtweise heraus ist es relativ klar, Sie können natürlich versuchen, sehr ähnliche Prinzipien zu nutzen, vielleicht auch auf den ein oder anderen ähnlichen Titel setzen, wie jetzt ein Wikifolio-Trader. Oder die einfache Variante natürlich, wenn Sie einmal von einem Wikifolio-Trader überzeugt sind, dann können Sie sich natürlich auch einfach das Indexzertifikat ins Aktiendepot legen und machen ab dann, wie gesagt, dieselbe Performance, die der Wikifolio-Trader auch erzielt. Das war's, ich war heute relativ flott wieder mit dem Vortrag. Wenn es Fragen gibt, gerne an Service at Wikifolio, Sie sehen die Nummern auch eingeblendet. Oder an mich persönlich, ich schaue jetzt auch noch einmal, ob hier noch weitere Fragen dazu gekommen sind. Ja, also Homepage haben wir besprochen, einfach Wikifolio.com. Die paar Statistiken, die ich Ihnen gezeigt habe, die waren speziell für heute. Und wir werden das Webinar auch wieder die Aufzeichnung dann in wenigen Tagen online stellen. Und Sie erhalten natürlich dann auch die Links zu den einzelnen Wikifolios. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen heute noch einen schönen guten Abend. Vielen Dank.